Im Rahmen der Binomialverteilung werden wir uns in diesem Tutorial den zweiseitigen Hypothesentest anschauen. Für den Anfang ein paar kurze Beispiele für einseitige Hypothesentests. Kurz gesagt, was können wir denn alles so testen? Naja, wir können den Anteil der Wähler für einen bestimmten Parteienrahmen eine Umfrage testen oder der Anteil roter Gummibärchen eine Tüte beziehungsweise ob ein Würfel gezinkt ist oder nicht oder die Zulassung von Medikamenten in der Pharmaindustrie. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass jeder von euch schon mal einen einseitigen Hypothesentest gesehen hat. Weil, um ehrlich zu sein, ist der zweiseitige Test eigentlich mehr oder weniger nur eine Mischung aus einem links- und einem rechtsseitigen Hypothesentest. Wenn ihr noch Probleme mit dem einseitigen Test habt, passende Tutorials dazu findet ihr am Ende dieses Videos im Abspann. Trotzdem wollen wir uns an dieser Stelle kurz erinnern, welche Kerngrößen überhaupt eine Rolle bei der Durchführung eines Hypothesentests spielen. Und dafür bleiben wir gedanklich bei diesem Beispiel mit dem Anteil der roten Gummibärchen in einer Tüte. In erster Reihe wäre natürlich der Stichprobenumfang klein n von großer Bedeutung. Das ist zum Beispiel die Gesamtanzahl der Gummibärchen in der Tüte. Dann die Anfangswahrscheinlichkeit B0. Das wäre das von Hersteller angegebene Anteil an Gummibärchen, beziehungsweise an roten Gummibärchen in der Tüte. Dann gibt es noch ein sogenanntes Signifikanzniveau oder die maximale Irrtungswahrscheinlichkeit, hier abgekürzt mit Alpha. Anhand der Beispielaufgabe werden wir dann später genauer sehen, welche Bedeutung dieser Signifikanzniveau eigentlich hat. Und natürlich muss die Zufallsvariable x erkannt und richtig definiert werden. Damit meine ich, x ist immer die Anzahl der Treffer. Bezogen auf unser Beispiel wäre das die Anzahl der roten Gummibärchen. Und x ist im Extremfall binomial verteilt mit n und p. Auf diese besondere Formulierung werde ich dann später bei der Beispielaufgabe ein bisschen näher darauf eingehen. Als nächstes wäre es natürlich wichtig, die Nullhypothese H0 zu formulieren, mit Hilfe der Anfangswahrscheinlichkeit B0. Und ihr seht immer wie folgt aus. Also H0, Doppelpunkt, p ist gleich B0. Also hier gibt es nicht die Möglichkeit für höchstens oder mindestens oder mehr oder weniger, wie bei dem einseitigen Signifikanzdress. P muss immer gleich B0 sein. Und natürlich bleibt da nur noch übrig, die alternative Hypothese oder die Gegenhypothese H1 aufzustellen. Hier gibt es natürlich an dieser Stelle ein bisschen Auswahl. Also ihr müsst eine Entscheidungsregel treffen zwischen linkseitigen, rechtsseitigen oder zweiseitigen Tests. Also die meisten Aufgaben verraten natürlich nicht, welche Art von Test man durchführen musste. Deshalb muss man so eine Art Checkliste durchgehen. Also, zur Erinnerung, alles fängt natürlich an mit der Nullhypothese. Und da steht in diesem Fall, p ist gleich B0. In Bezug auf diese Nullhypothese können wir natürlich bei einem linkseitigen Test dagegen behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist als P0. Also das war die Voraussetzung für ein linkseitiger Test. Bei einem rechtsseitigen Test war es so, dass die Gegenbehauptung laufen musste, dass die Wahrscheinlichkeit grösser ist als P0. Und bei einem zweiseitigen Test ist es also, dass man einfach nur behauptet, dass P0 nicht stimmt. Also P verschieden von P0. Das macht ein zweiseitiger Test aus. Und natürlich werden wir uns jetzt so einen zweiseitigen Hypothesentest anhand einer Beispielaufgabe anschauen. Also, ein Hersteller von Gummibärchen behauptet, dass 20% der Gummibärchen in der Tüte rot sind. Max macht eine Tüte mit 100 Gummibärchen auf und findet nur 12 rote. Er behauptet, dass der Anteil der roten Gummibärchen nicht 20% beträgt. Formuliere die Entscheidungsregel für die Nullhypothese und prüfe, ob Max recht hat, wenn das Signifikanzniveau höchstens 5% betragen soll. Bitte an dieser Stelle auf Pause drücken und in Ruhe die Aufgabenstellung lesen. Bei der Lösung dieser Aufgabe werden wir uns natürlich an der Schrittreinfolge halten, die wir gerade besprochen haben. Das heißt, als erstes brauchen wir natürlich NP0 und Alpha. Dafür überfliegen wir nochmal kurz die Aufgabenstellung. Also, in diesem Zusammenhang steht es als erstes, ein Hersteller von Gummibärchen behauptet, dass 20% der Gummibärchen in der Tüte rot sind. Also, das sind 20%. Macht man dann eine Tüte mit 100 Gummibärchen auf. Also, dann haben wir die 100 Gummibärchen. Und ja, die 12 hier wird auch irgendwann mal eine Rolle spielen. Er behauptet, dass die anderen nicht 20% sind. Und am Ende haben wir noch das sogenannte Signifikanzniveau mit 5%. Also, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Die Anzahl der Gummibärchen in der Tüte ist natürlich N. P0 ist die Behauptung des Herstellers. Also, die Tatsache, dass 20% der Gummibärchen rot sind. Und das Signifikanzniveau beträgt 5%. Gut. Als nächstes müssen wir natürlich die Zufallsvariable X definieren. Und wir wissen, X ist die Anzahl der roten Gummibärchen. Außerdem ist X im Extremfall binomial verteilt mit N gleich 100 und P gleich 0,2. Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Man kann anhand verschiedener Lehrbücher auch ein bisschen anders diese Zufallsgröße X definieren. Ich habe mich jetzt für diesen Beispiel an der Musterlösung einer Abiturprüfung gehalten. Ich denke mir, mit dieser Formulierung ist man auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Als nächstes müssen wir uns natürlich dann um die Nullhypothese bzw. alternative Hypothese kümmern. Dann, die Nullhypothese findet man problemlos in der ersten Zeile. Da steht, ein Hersteller behauptet, dass 20% der Gummibärchen in der Tüte rot sind. Das bedeutet, bei H0 haben wir einfach P ist gleich 0,2. Und wenn ihr jetzt die dritte Zeile in der Aufgabenstellung anschaut, da steht, dass Max behauptet, dass der Anteil der roten Gummibärchen nicht 20% beträgt. Also, dieses Stichwort nicht sagt uns eigentlich, was Sache ist. Das bedeutet, es handelt sich um einen zweiseitigen Signifikanz-Test. Und H1 lautet einfach P verschieden von 0,2. Also, das ist die Entscheidung für den zweiseitigen Hypothesentest. Im vierten Schritt geht es natürlich darum, die zwei Ablehnungsbereiche bzw. den Annahmebereich zu bestimmen. Was genau damit gemeint ist, sehen wir jetzt gleich anhand einer Skizze. Also, zur Erinnerung, der Umriss einer Binomialverteilung sieht aus wie eine gausche Glockenkurve, hier mit grün abgebildet. Und wir haben in diesem Fall eine Verteilung von 0 bis 100. Orientieren können wir uns dann an den sogenannten Erwartungswert. Das ist μ. Das ist die Trefferzahl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Links und rechts vor diesem Erwartungswert haben wir dann zwei Grenzen. Ich habe sie jetzt mit G1 und G2 gekennzeichnet. Und diese zwei Grenzen helfen uns, die sogenannte Annahme- und Ablehnungsbereiche festzulegen. Wobei wir links und rechts dann die zwei Ablehnungsbereiche für H0 haben. Und in der Mitte dann den sogenannten Annahmebereich von H0. Übrigens, dieser Hypothesentest heißt ein zweiseitiger Hypothesentest, weil er zwei Ablehnungsbereiche besitzt. Und jetzt können wir mit Hilfe dieser Skizze auch diese Bereiche in Abhängigkeit von G1 und G2 aufstellen. Sie werden dann wie folgt aussehen. Der Ablehnungsbereich oder die Ablehnungsbereiche gehen einmal von 0 bis G1 auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite natürlich von G2 bis 100. Bei dem Annahmebereich muss man ein bisschen aufpassen. Es geht, die linke Grenze ist bei G1 plus 1 und die rechte Grenze ist bei G2 minus 1. Und zwar wieso? Diese Annahme und die Ablehnungsbereiche dürfen sich natürlich nicht überschneiden. Sonst gibt es ja Probleme mit der Entscheidungsregel. Und natürlich ist es ja klar, um diese Bereiche zu bestimmen, brauchen wir natürlich die passenden Werte für G1 und G2. Und fangen wir doch einfach mal mit G1 an. Also wir brauchen jetzt einen Ansatz zur Bestimmung von G1. Das einzige, was wir aus der Aufgabenstellung bis jetzt noch nicht gebraucht haben, ist dieses sogenannte Signifikanzniveau. Und der war bei 5% zur Erinnerung. Und dieser Signifikanzniveau ist per Definition einfach die Wahrscheinlichkeit für die beiden Ablehnungsbereiche. Das bedeutet, es gibt natürlich eine gerechte Aufteilung. Die linke Seite kriegt dann die Hälfte von diesem Signifikanzniveau. Die beträgt dann 2,5%. Und das gleiche kriegt dann auch noch die rechte Seite. Also der rechte Ablehnungsbereich liegt dann auch bei 2,5%. So, und hiermit können wir dann erstmal für G1 einen Lösungsansatz aufstellen. Und der lautet P von X kleiner gleich G1. Und wenn wir uns diesen Bereich anschauen, dann erkennen wir schon anhand dieser Skizze, dieser Bereich darf höchstens 2,5% sein. Deshalb lautet der Ansatz kleiner gleich 0,025. Und ab hier kommt der Taschenrechner zum Einsatz. Zur Erinnerung, die am meisten benutzten Befehle im Taschenrechner sind üblicherweise entweder Binomial CD bzw. Binomial CDF oder bei den neueren Casio Taschenrechnern heißt das Befehl kumulierte Binomialverteilung. Und unter dieser Befehle können wir in Untermenü Liste gehen und da verschiedene Werte eintippen, bis wir den passenden Wert für G1 finden. Gut, ich bereite jetzt schon mal einen Rahmen vor. Also, wir suchen jetzt praktisch hier G1. Und unser Ansatz lautet P von X kleiner gleich G1 darf höchstens 2,5% sein, also 0,025. Und um diese Suche nach den richtigen Werten zu erleichtern, orientiert man sich wieder an dem Schaubild. Da erkennen wir in der Mitte natürlich unseren Erwartungswert. Und wir sehen auch, dass die Grenze G1 links vor Erwartungswert steht. Das hilft uns natürlich weiter. Wir können diesen Erwartungswert mit der hoffentlich bereits bekannten Formel, µ ist gleich m mal p bestimmen. Das wäre in diesem Fall dann einfach 100 mal 0,2. Das sind entsprechend 20. Und wenn die Grenze G1 links vor Erwartungswert steht, das bedeutet, wir müssen im Taschenrechner einfach Zahlen eintippen, die links vor der 20 stehen. Ich habe jetzt einfach mal alle Zahlen zwischen 6 und 14 im Taschenrechner in dieser Liste eingetippt und habe entsprechend für die Trefferzahl 11 herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit bei 0,0125 liegt und für 12 waren es 0,0253. So, und anhand von diesem Ansatz hier oben muss die Wahrscheinlichkeit oder darf die Wahrscheinlichkeit höchstens 2,5% sein. Das bedeutet, die richtige Zahl ist 11, bei 12 wären wir schon bei 2,53%. Und somit haben wir die Grenze G1 bestimmt. Also G1 ist gleich 11. Und mit der gleichen Taktik können wir auch einen Ansatz aufstellen zur Bestimmung der Grenze G2. Also wenn wir hier am Schaubild schauen, dann sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit für diesen Ablehnungsbereich hier, rechts vor G2, maximal 2,5% sein darf. Das bedeutet, mathematisch können wir das Ganze so hinschreiben, P von X mindestens G2, also größer gleich als G2, darf höchstens 0,025 sein. Das ganze Problem, was hier auftaucht, ist die Tatsache, dass der Taschenrechner dieses Zeichen mindestens hier nicht kennt. Wir müssen dann in höchstens umwandeln und das machen wir natürlich über das Gegenereignis. Also wir haben dann 1 minus P von X kleiner gleich G2 minus 1, sind dann kleiner gleich 0,025. Und dann formen wir natürlich so um, dass dieser Groß P hier alleine auf der linken Seite stehen bleibt. Heißt, erstmal könnten wir die 1 rüberbringen. Dann haben wir minus P von X kleiner gleich G2 minus 1, sind kleiner gleich minus 0,975. Und das Ganze dann mal minus 1. Entsprechend steht dann am Ende P von X kleiner gleich G2 minus 1, sind dann... Und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr eine Ungleichung mit einer negativen Zahl multipliziert oder teilt, dreht sich das Ungleichzeichen um. Entsprechend wird aus den höchstens wieder ein Mindestens hier an der Stelle. Und dann haben wir 0,975. Und das können wir wieder über eine Wertetabelle auswerten. Wir orientieren uns wieder oder erneut an den Erwartungswert. Wir suchen jetzt rechts vom Erwartungswert in der Grenze, also rechts von der 20. Da habe ich zum Beispiel im Taschenrechner alle Zahlen zwischen 26 und 34 eingetippt. Und wir schreiben natürlich hier noch kurz G2 minus 1. Also diesmal bestimmen wir G2 minus 1 und nicht direkt G2. Und unser Ansatz, P von X kleiner gleich G2 minus 1, muss mindestens 0,975 sein. Und jetzt bei der Liste im Taschenrechner, wo ich die Zahlen eingetippt habe, habe ich einmal für 27 als Wahrscheinlichkeit 0,9658. Und für 28 hatte ich 0,9799. 799. So, anhand von diesem Ansatz hier oben muss die Wahrscheinlichkeit mindestens 0,975 sein. Und das bedeutet, die richtige Zahl für uns ist natürlich die 28. Das ist die erste Trefferzahl, wo wir über 0,975 sind. Okay, und das ist der Wert für G2 minus 1. Also wir haben nun nicht G2, sondern nur G2 minus 1. Also G2 minus 1 sind dann entsprechend 28. Wir bringen natürlich die 1 rüber und somit haben wir dann auch einen passenden Wert für G2. Ist dann entsprechend 29. Und diese zwei Grenzen, G1 und G2, können wir dann oben in unser Ablehnungsbereich bzw. Annahmebereich einsetzen und diese Bereiche genau festlegen. Das sieht dann das Ganze so aus. Also die Ablehnungsbereiche laufen einmal von 0 bis 11 und von 29 bis 100 und der Annahmebereich ist dann von 12 bis 28. Das Letzte, was jetzt noch fehlt, ist natürlich die Entscheidungsregel bzw. ein Antwortsatz für unsere Aufgabenstellung. Die Entscheidungsregel können wir dann in Bezug auf die Ablehnungsbereiche auf wie folgt formulieren. Wenn Sie höchstens 11 oder mindestens 29 rote Gummibächer in der Tüte befinden, so wird die Nullhypothese abgelehnt, ansonsten kann sie nicht abgelehnt werden. Und in Bezug auf die Fragestellung, ob Max mit seiner Aussage recht hat oder nicht, zur Erinnerung, er hat ja in der Tüte 12 rote Gummibächer gefunden und behauptet, dass die Aussage des Herstellers nicht mehr stimmt. Wenn wir diese 12 nehmen und schauen, in welchem Bereich die Zahl landet, dann merken wir ganz einfach, die 12 liegt noch im Annahmebereich. Das bedeutet, in diesem Fall stimmt die Aussage des Herstellers. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich ist es in diesem Zusammenhang wichtig, dass ihr den linkseitigen und den rechtsseitigen Hypothesentext kennt. Sowie die Fehlerbetrachtung beim Testen von Hypothesen, damit meine ich Fehler erster und zweiter Art. Wenn bedarf, Tutorials dazu, sowie weitere Beispielaufgaben in Bezug auf Hypothesentests, findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Ja, jetzt wäre es, dass5-2-2-3-3 werft. Amen. Ja. Jessup.